Die Freien Wähler in den Deckendorfer Stadtteilen mittlerweile zum elften Mal, allerdings das allererste Mal als Regierungspartei. Knappe 10 Prozent haben sie am 14. Oktober 2018 von den bayerischen Stimmberechtigten bekommen. Die CSU dagegen mit herben Rückschlägen und deswegen mit den Freien Wählern als einziger tatsächlich richtiger Koalitionspartner, wie sie selbst von sich sagen. Sie sehen sich als die Mitte in Bayern, den Querschnitt in Bayern und Hubert Aiwanger als heutiger Bundes- und natürlich auch Parteivorsitzender. Trägt wie immer sein Herz auf der Zunge bei seinen Reden. Nie böse, aber direkt. Und natürlich, was auch durchaus bemerkenswert ist, mit einem großen Dank am Ministerpräsident Dr. Markus Söder für die bisher gute Zusammenarbeit. Nur eines der Themen des heutigen Tages. Standing Ovations schon vor dem eigentlichen Schlagabtausch. Ein Bild, das Freie Wähler-Zugpferd Hubert Aiwanger nicht ganz neu ist. Immerhin kämpft der studierte Landwirt aus Ergholzbach schon seit fast 13 Jahren an der Spitze der bayerischen Freien Wähler für deren politisches Gehör. Mit Erfolg. Für den Querschnitt Bayerns stehen die Orangenen seit dem 4. November 2018 in größter politischer Verantwortung als Regierungspartei. Und damit, so könnte man zumindest meinen, nicht unbedingt auf ständigen Kuschelkurs mit dem teils als übermächtig scheinenden Koalitionspartner CSU. Ja, man erhofft sich natürlich trotzdem weiter noch Angriffe auf die CSU, weil sie haben ja trotzdem nicht immer alles perfekt gemacht oder es ist ja trotzdem immer noch viel Arbeit. Aber ich denke, dadurch, dass wir jetzt quasi richtig mitarbeiten können, ist insgesamt so das Interesse viel größer an dem, was der Hubert sagen wird. Weil das, was er jetzt sagt, das, was er vielleicht als Wirtschaftsminister umsetzen wird, das kann Hand und Fuß haben und kann auch in den nächsten paar Wochen und Monate auch alles umgesetzt werden. Ich bin das erste Mal da. Ich werde es mir jetzt einfach mal anschauen, werde mich jetzt die Rede vom Herrn Aiwanger anhören. Es wird wahrscheinlich ein bisschen schwer für ihn, da die Freien Wähler das erste Mal in der Regierungsverantwortung sind. Aber er erwartet schon auch einen kleinen politischen Rundumschlag gegenüber den anderen Parteien. Der Herr Aiwanger, der macht immer super gute Reden und ist ein sehr sympathischer, bodenständiger Typ. Und darum freue ich mich da schon drauf und hoffe auch, dass der sich auch nicht zurückhält und auch die Regierungspartner sozusagen, dass er sich auch nicht zurückhält. Ich denke, dass heute insbesondere die Europapolitik in den Fokus gerückt wird, weil es ja wichtig ist, dass Europa gestärkt aus den Wahlen hervorgeht. Europa war tatsächlich eines der Themen auf der Agenda der drei Hauptredner. Vielleicht genau deswegen überließ der Parteichef auch zunächst unter anderem Europaparlamentsabgeordneter Ulrike Müller die Bühne. Seit 2014 in Brüssel für die Freien Wähler im Parlament schlug sie sich als Grimmsche Märchenerzählerin Wacker vor den knapp 900 Zuschauern in der Deckendorfer Stadthalle 2. Österreichs Ratspräsidentschaft im Kontext von Sterntaler, der Brexit erklärt am Märchen von Schneewittchen. Realitätsverweigerung, das haben der Brexit und das Märchen gemeinsam. Leider ist aber der Brexit kein Märchen, sondern ein ganz realer Albtraum, meine Damen und Herren. Kein Albtraum, sondern erfreuliche Realität. Die ersten schon deutlich mehr als zarten Schritte der Freien Wähler in Sachen Koalitionsarbeit. Eines ihrer zentralen Anliegen, die Bildung. Der fast 42 Milliarden Euro schwere Haushaltsposten, der ganze Stolz des nun in Freie Wähler handliegenden Kultusministeriums. Unser Koalitionsvertrag ist ein wuchtiger Aufschlag für beste Bildung in Bayern. 5000 zusätzliche Lehrerinnen und Lehrer bis 2023. 500 zusätzliche Stellen für Schulpsychologen und Sozialpädagogen. Mehr Inklusion, bessere IT-Rahmenbedingungen an den Schulen, kleinere Klassen, weniger Unterrichtsausfall. Wir haben geklotzt, nicht gekleckert, meine Damen und Herren. Gekleckert wurde anschließend auch nicht bei der lang erwarteten Rede des Parteichefs, Vizeministerpräsidenten und Wirtschaftsministers. Allerdings weniger in der von vielen spekulierten Hautrauf-Manier. Zumindest was den Koalitionspartner CSU anbelangte. Hier gab es nämlich zunächst mal ein dickes Lob. An der Stelle meinen offenen Dank an den jetzigen Ministerpräsidenten Markus Söder für die bis dato faire und kollegiale Zusammenarbeit. Er hat den Schuss gehört, wir haben ihn auch gehört. Es geht jetzt nicht darum, in den nächsten Monaten und Jahren vor allem innerhalb der Regierung zu streiten, wenn dann hinter verschlossenen Türen. Nicht ganz so zimperlich ging er dagegen mit der Opposition ins Gericht. Rot, grün und gelb, was ihr in den letzten 50 Jahren in Bayern bewegt habt, das haben wir in den ersten drei Wochen unserer Regierungsbeteiligung erledigt, meine Damen und Herren. Dieser Seitenhieb, tatsächlich einer der wenigen in dem knapp 55 Minuten langen Auftritt des selbstbewussten Freiwählerchefs. Und Selbstbewusstsein, davon hat die orangene Macht der bürgerlichen Mitte inzwischen so einiges. Wir stärken die Landwirtschaft, wir stärken den Mittelstand schlicht um, wir packen an tausend Fronten zugleich an, weil wir die Leute dazu haben, weil wir die Themen dazu haben, weil Bayern unsere Ideen braucht, meine Damen und Herren. Themen und Umsetzung, die offenbar gleichermaßen an der Wählerbasis ankommen. Ja, also bis jetzt sind sie sehr aktiv und haben in den 100 Tagen sehr viel erreicht. Ich muss sagen, ich bin eigentlich sogar sehr zufrieden, also das mit der Streps jetzt zum Beispiel, die jetzt endlich Klarheit für alle Kommunen geschafft hat. Und man zeigt einfach, man lässt die Kommunen auch als freie Wähler, wenn man in der Regierung ist, nicht los. Man ist immer noch auf deren Seite. Ich finde, wir machen einen guten Job für das, dass wir das erste Mal in der Regierungsverantwortung sind. Die CSU hat auch mit uns zum Schlucken und ja, gefällt mir. Also Daumen hoch für die Freien Wähler an ihrem elften politischen Aschermittwoch im niederbayerischen Deckendorf. Und das nächste große Ziel neben der Europawahl im Mai steht auch schon auf der Agenda. Der Einzug in den Bundestag.